Hier ein wenig Orientierungswissen zum Studium, damit Sie sich zurechtfinden, was bedeutet das überhaupt, ein Semester zu haben? Semester sind immer sechs Monate. Und wie ist das aufgebaut zu einem Semester? Über die Monate, was findet da überhaupt statt? Das werden wir jetzt mal uns anschauen, wie das aussieht. Wir sind hier gerade auf der Webseite der THM, gehen auf diesen Bereich Studium und wenn wir hier runter scrollen unter Sie studieren, Semester und Vorlesungszeiten, sehen wir jetzt noch aktuell das abgelaufene Sommersemester 24. 20 schließen wir das und hier sehen wir dann das Wintersemester 24 mit seinen Start- und Endzeiten auch für den Vorlesungszeitraum und die zwei Prüfungszeiträume. Grundsätzlich ist es so, ein Semester sind immer sechs Monate. Das vom Wintersemester beginnt am 1. Oktober und geht bis Ende März. Und das Sommersemester beginnt immer am 1. April und läuft dann bis Ende September. Man gibt das immer so an, dass man sagt, die Sommersemester werden immer mit der vollen Jahreszahl angegeben, in der sie auch liegen, in dem Jahr, in dem sie liegen. Die Wintersemester gehen ja von dem einen Jahr ins andere über. Darum ist es üblich, dann zu sagen, so etwas wie hier 24, 25. Damit das etwas anschaulicher wird, scrollen wir mal runter, da gibt es Dokumente, die für jedes Semester einen Plan auslegen für dieses halbe Jahr, was da so alles stattfindet. Gehen wir also mal auf das Wintersemester 24, 25. Dann öffnet sich ein PDF-Dokument, ich habe das hier schon mal runtergeladen, das Ihnen die komplette Übersicht über so ein Semester gibt in seiner ganzen Struktur, was da so alles stattfinden kann, wann. Und das hilft Ihnen erstmal einen Überblick zu kriegen und dann auch eine bessere Planung zu machen für Ihre Veranstaltung und die Prüfung, die Sie haben. Wie ist das hier also aufgebaut? Wir gucken uns das mal an. Das beginnt also für das Wintersemester 1. Oktober bis zum 31. März. Also das ist genau die Zeitspanne eines Semesters. Das ist dann sehr prägnant geprägt durch die Vorlesungszeit. Das sind hier diese grünen Bereiche. Die sind auch durchnummeriert von 1 bis 14. Vorlesungszeit sind die Zeiten, weil es ist ja die Technische Hochschule Mittelhessen, ist eine Präsenzhochschule. Das ist also die Zeit, die ist vorgesehen, dass Sie an der Hochschule präsent sind an Vorlesungen, Übungen, Seminaren, Praktika und so weiter, Projektarbeiten, auch die Zeit haben, daran teilzunehmen und vor Ort sein können. Also das ist die Zeit, wo Sie hauptsächlich an der Hochschule sind, in den Hörsälen und an den Veranstaltungen teilnehmen. Darum heißt es auch Vorlesungszeit. Man kriegt also die Vorlesung mit plus die ganzen begleitenden Veranstaltungen, die es gibt. Davor liegt für die Erstsemester die Einführungswoche. Das ist nicht ganz so glücklich hier. Also das E steht für Einführungswoche und ist ausschließlich für die Erstsemester vorgesehen. Da bekommen Sie die Infos zum Studium, wie das so alles abläuft. Auch so einen Plan bekommen Sie da eigentlich erklärt. Und die Tage davor sehen Sie ja mit einem S ausgewiesen. Das sind die Studien- und Projekttage. Die sind besonderer Natur. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und das Ausgegraute hier, wie der 3. Oktobertag der Deutschen Einheit, ist ein Feiertag. An dem findet also auch keine Veranstaltung statt. Im Wintersemester wird die Vorlesungszeit unterbrochen durch Feiertage und auch, nehmen wir das mal, Urlaubszeit. Und zwar die zwei Wochen über Weihnachten, Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr. Da findet also nichts statt. Was Sie dazu noch eingetragen sehen in diesem Kalender, sind hier gegraute Bereiche. Also hier im Januar und dann auch hier im Oktober. Am Rand gegraute Bereiche. Das ist markiert, dann sind Schulferien in Hessen. Also die Herbstferien und die Winterferien in dem Fall. Da können Sie, wenn Sie also Geschwister haben und als Familie zum Beispiel Urlaub machen wollen, besser sehen, was ist kompatibel mit den Ferien. Da erkennen Sie schon, dass es ganz ungünstig ist, die Schulferien zu vereinbaren mit der Vorlesungszeit am Anfang. Über Weihnachten gibt es aber Zeiten, wo Sie gemeinsam Urlaub machen können. Hier gibt es dann Anfang des Jahres auch eine Studien- und Projektwoche. Die Tage, die dort stattfinden, sind für Sie reserviert für irgendeine Lehrform, die nicht regulär im Vorlesungsbetrieb stattfindet. Das heißt, in dieser Woche vom 6. bis zum 10. der Vorlesungswoche 11, da finden keine Vorlesungen statt, keine regulären Vorlesungen, sondern für ein besonderes Modul ist irgendein Veranstaltungskonzept geplant, was da stattfinden kann. Das ist in der Regel so, dass für jedes der Anfangssemester da ein Modul ausgesucht wird, wo da noch etwas stattfindet. Das muss aber nicht sein. Es kann sein, je nachdem, wie Ihr Semester abläuft, dass Sie dort in der Vorlesungswoche 11 nichts zu tun haben, im Sinne von anwesend sein, präsent sein. Es kann aber auch sein, dass Sie da eine schöne Veranstaltung haben, die für Sie geplant wurde. Sobald die Vorlesungszeit hier zu Ende ist, geht es in den ersten Prüfungsblock. Das sind hier die ersten drei Wochen, die mit P ausgewiesen sind. Übersehen Sie bitte auch nicht, dass auch hier die Samstage eingeplant sind. Und dann haben wir nochmal hier eine Prüfungswoche kurz vor Ende des Semesters, auch wieder den Samstag nicht vergessen. Und der Montag ist für besondere Bedarfe, Studienprojekttage wieder eingeplant. Und das sind aber alles Informationen, die erhalten Sie meistens im Wintersemester, ungefähr hier zur Hälfte, Dezember. Im Dezember, dann stehen die Pläne, wann Ihre Prüfungen stattfinden in den mit P ausgewiesenen Wochen. Und dann können Sie auch besser planen, wann ist was, wie viel Zeit habe ich zwischen den verschiedenen Prüfungen, wann könnte ich möglicherweise Urlaub machen. Dann noch ein letztes, die mit B ausgewiesenen Wochen sind die sogenannten Blockwochen. Es gibt also die Blockwoche 1, die über zwei Wochen sich erstreckende Blockwoche 2 und B3. Es ist gerade für höhere Semester so, wenn Sie also in einem höheren Semester studieren, dass Sie bisweilen auch Lehrangebote haben, Veranstaltungsangebote, die sich nicht in den 14 Wochen wiederfinden, sondern kompakt im Block stattfinden in einer dieser Blockwochenbereiche. Auch das gilt meistens eher für die höheren Semester, da sind Sie schon orientiert im Studium und haben dann auch die Information, wann findet da wo etwas statt. Ich hoffe, Sie haben hiermit einen kleinen Überblick und einen Einblick gewonnen, sich erst mal zu orientieren. Nächste Baustelle wäre eigentlich, wie sieht Ihr konkreter Stundenplan aus? Das schauen wir uns bei einer anderen Session an.